eine geht noch eine geht noch ein überlassen von euch die ansage jetzt die richtung wechseln sich und wir haben toby und virus ich bin das mal dran ja 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 halte ich für mich das war der erbe slithering ah ja das ist gut das fängt natürlich super an okay auch crazy ja okay ach scheiße ja mehr habe ich nicht kacke man ja genau wofür spiele ich überhaupt ich gebe mir die karten loswerden dafür dass sie ja geil regt dich nicht auf du ziehst du nicht so viel wie ich noch nicht ja wenn ich das nächste mal gerade noch mal irgendwo müssen die karten ja 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 genau endlich mal ein bisschen auswahl wir wechseln hin und wieder hin und her jetzt kommt das wechsel jetzt geht das große wechseln wir uns kommt auch mit wechseln wahrscheinlich hat es jetzt noch eine mehr keine blau doch aber die falsche blau ja 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 okay ja dabei 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 die richtung wechseln ich sie freiwillig so wie was aber damit willst du mich eigentlich ja du bist der 0 du bist auch gerade meine karten du bist auch der 0 den ganzen kartenskabel ja 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 ich lasse mich mal da muss ja mal gucken wo man bleibt ja sehr cool ich habe jetzt schon in der nächsten hier fast jeder runde das ausrufezeichen gedrückt wird die kala wie viel drei haben wir sagen folge lebt ich meine teile sind auch mein liebling aber trotzdem mit nicht schon wieder rote virus nein er hat sich rote gewünscht ich habe die gewünscht ja für wir haben warte das ist ja ein bisschen kreis hat ist noch ein fein Nein! Immer der 2, immer der, immer aussetzt und ziehen, ey. Ah, crazy, sagt er jetzt. Viel Spaß beim Ziehen. Ja, wer weiß, wie lange ich ziehen muss. Lange wahrscheinlich. Sehr lange. Ganz lange. Bis zur Endlichkeit, aber viel weiter! Er hatte gelb, guck einer an! Ich hab jede Farbe. Was ist das, ne Eins? Außer die. Er ist blau. Jetzt gehen wir auch, ey! Boah! Ja? Ja! Mit wem willst du denn tauchen? Keine gute Wahl! Keine gute Wahl! Ach so, echt nicht? Na guck mal! Oh nein! Er hat doch blau! Ja! Ich wusste, dass blöde Sieg ist da! Ich hasse euch! Kriegt meine Karten, darf ziehen! Hier vielleicht rinke lachen! Da musst du dir unbedingt meine Karten, ey! Und da liegt es auch noch die Falte! Ach herrlich! Ja! Dann hab ich mich so mit abgekämpft, ey! So, wie oft soll ich noch aussitzen heute? Oh, ich weiß nicht, ich hab noch ein paar davon! Okay, das ist gut gewesen! Crazy zieht mindestens so viele wie du, Hasch! Big guy! Da, bitte! Ne, 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 ne! Och, Mann! Wie war das gerade? Er zieht so viele wie der Hasch! Wie ist sie? Scheiß nie, hier weg! Mal, stopp! Jetzt ist es aber gut, Mann! Das gefällt mir, danke! Viel Spaß damit! Da hast du ne zwei! Warum machst du die vorher nicht geschmissen, Mensch? Weil ich keine Lust drauf hatte! Du bist ein lau! Hier, dann nimmst du die da! Ja! Die hab ich vorhin gezogen, ne? Ja, jetzt, jetzt siehst du noch mal zwei! Ja, find ich schön! Ach, ja! Ich war nur so ein bisschen wieder weniger hart als ich und dann wechsel ich wieder! Wenn du die aufsteckst, war's der! Ha, 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 ha! Hast du blau? Ja! Doch, nur jetzt! Jetzt geht es wieder los, oder? Ja! Ja! Nee! Das hört nicht! Ich glaub, ich hab die Hälfte der Runden bis jetzt aufgestellt! Das wird, glaub ich, wieder ne lange Runde heute jetzt! Ha, 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 ha! Oh, what, du! Ja, ja! Ja! hail Ja, ja! so du bist dran aus dem grund hört sich so gut an oder freut man sich ja schon fast ich habe noch ein bisschen blau und ich gerade frage aber dann gehen wir ruhig rot warum auch der beides nicht man geht die ganzen aussätze karten von dir kriegt das darf man büffeln nur frage fürs aussetzen wo keiner haben will du willst echt nicht haben okay jetzt nicht mehr ja aber du weißt gar nicht was sie für die karten alles haben ich habe unter dass er sich dann überlegt was weiß ich das ist doch nicht alles war eine fahrt oder was ich glaube das sind fünf sieben drin okay das ist auch super gleich diese er trägt mich dazu ja oder so ja was glaubst du du weißt doch welche karten ich habe ja was glaubst du du weißt doch welche karten ich habe wir uns sagt doch noch mal nicht kann gerade nicht das ist die schlechte wahl sagst du ich hätte erlegen kann ich habe geschlossen lieber zu ziehen da ich dann mit einem früh auf euch platz tauschen kann man geht doch mal wussten ey auch mal dein ernst jetzt du bist doch ein verdammter staunsaugenverkäufer das kreativ seit ewigkeiten ja voll am arsch kreativ kein sorge die kreativität das kommt vom alter da kannst du nicht viel für du sprichst aus erfahrung oder was mit deiner holzleitung jetzt schon wieder wenn das nicht liebe ist weiß ich auch nicht das ist ja viel spaß mit der gelben scheiße mit virus kannst du tauschen nein meine bald ich ja jetzt wissen alle was es ist ach crazy ich habe deine karten mir ist euch nicht gewinnen lassen weil sie nicht willst du das soll ich wenn du mir nicht an das wäre gelb gewesen ja jetzt geht die karten oh man komm flue jetzt kommt die karten und ich ziehe freiwillig wo ich legen kann weil ich hoffe dass ich eine 7 und 0 kriege er legt auch noch scheiße rein es darf bloß keine gelb werden ja keine 1 da habe ich eigentlich schon Lust drauf ach weißt du du also mal ganz ehrlich jetzt ja was war das alter hast du das mikro vorgespuckt oder was ich habe mir gerade die lunge rausgerissen weil es mit ihm ist so krank oder was das die worte suchen ja keine ahnung irgendwas steht mal so weiter kommt ich habe mir gerade wieder blut gespuckt lol frag mich nicht warum habe ich in letzter zeit juckt mich nicht berus was das denn blau such dir eine farbe aus ja blau 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 cool die farbe hatte ich noch nicht echt nicht die frau lässt nicht ganz das ganze spiel nur ich glaube ich bin gemein weil ich wieder typisch frauen logisch also ist ja wahnsinn wenn ich von manchen leuten die karten was spielt ihr eigentlich für die scheiße zusammen mit eurem deck wieso sammelt ihr nur zwei karten einer farbe alter ihr seid doch schwanger das gibt es nicht so was rohes ich habe immer vier verschiedene drauf nein das sind grün oder gelb dann nämlich rot da hast du bestimmt auch ihren aufsetzen drauf oder richtungswechsel das kommt von ihm am richtungswechsel wahr nein wieso jetzt haben wollen ich habe alle karten ich will bloß irgendwas machen wo euch schadet also ziehe ich einfach schade du kannst ja immer freiwillig ziehen wenn du willst wenn ich halt gerade so ein habe ich das jetzt mit 15 eigentlich nur mit anderen tauschen dann ziehe ich ich habe mal guckt dann kommt irgendwann sowas und dann habe ich meinen spaß du gott verdammt alte kackssappel tut mir leid ich kenne den ausdruck nicht ich weiß gar nicht wo der weg kam jetzt das hat spiel habe ich mir so nicht ausgesucht ich merke es gerade ich merke es gerade ich merke es gerade ansonsten brennt man ja noch das nikolaus häuschen oder warte richtungswechsel machen das hat jetzt hast du noch ziehen hallo brennt bei dir eigentlich die moment ich hoffe noch eine alles hallo so alter wieder beim schliff von 21 oh mein goodness er hat keine rot wie viel teuer noch mal haben tue ich alles ich bin sofort wieder da ich mach mal im fenster zu Leute schnell spielen schnell spielen dann musst du Autoplay machen äh musst Autoplay machen ja komm schon komm schon Zeitablauf komm schon 4 3 2 1 oh mann ja was geht denn schweine ja das habe ich mir schon gedacht wir sind jetzt ganz schnell damit ich mit einem draufkriege richtungswechsel ok alles klar 9 9 ich wollte aber blau haben wieso ich kann ich kann kannst du da ihr macht sind was ich jetzt für karten habe damit kann man nicht gewinnen nein blau wir sind wir sind blau ich habe gerade 4 7 nacheinander gezogen 4 7 nacheinander viel Spaß du kannst immer wieder die karten wechseln wenn du willst wenn die farbe kommt wow deine karten ist echt nicht super nein aber witz ja hallo ja so weiter 2 bei 20 streiten wollte sich der vierte auf witz das müsste bereuen ouch ach jetzt macht das spielschirala mit mir ja jetzt發現 sie mal noch oder war das alles oder waren das alle pfff siehst du es sonst die fresse halten ne pfff hehehe 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 das ist sehr uncool kommst du auf die 20 danke danke bitte unglaublich schön danke danke sehr schön danke flug macht das spiel gar nicht mit danke du kommst du nicht raus danke wir müssen das neue mit einfügen verdammte scheiße verdammte scheiße warum gerade die karten bitte danke die ganze zeit ich wollte nicht danke sagen danke bitte danke danke oh plus vier danke bitte ja das ist mir das ist mir lieber bitte ich weiß nicht unbedingt wenn du mir eine plus vier gibt ob das besser ist ich weiß nicht bitte richtungswechsel nein 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 kann ruhig blau bleiben so freunde sky youtube sports crazy